Und sie hat den Ring. Und ihre Schwester, Waltraute, liebt deren Vater, Botan, und Göttin sein, und die Götter, und alles, was sie immer so hatten. Und sie fliegt zu Brünnhilde, um zu beten, dass sie trotz dieser Liebe zu diesem unheimlichen Mann, der ihr diesen Ring geschenkt hat, es wiedergibt und in den Rhein wirft, dass die Rheintöchter es wieder haben können. Weil dieses Ring hat einen großen Fluch drauf. Und wenn Brünnhilde das nicht tut, dann werden die alle sterben. »Wir mit Sinn«, Was ich dir sage. Seit er von dir geschieden, so schmacht nicht mehr, g'schickte uns Baut an. G'schickte uns, rette mir ängstlich zu mir. G'schickte uns, mutige Helden, mit meinem Vater, mein Salz los, ohne Ruhe nach Rost, durchstreibte, als Band in die Hände. G'schickte uns, mit meinem Vater, 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 die hatte ein, mit ihm geschlagen. G'schickte uns, mit meinem Vater, morgese, mit meinem Vater, mit meinen Vater, in meinem Vater, die Natur, in meinem Vater, wenn ich dir gemerkt habe, Der Stamm schiebt, die Säße schiebt, die Säße schiebt, die Säße schiebt. Wir make unartig fall, wir fählen, wir warten. So sitzt er, sagt kein Wort. Auf ihrem Sitze, stumm und ernst, der Schweresplitter fest in der Haust. Wo das Äpfel hört er nicht an. Stunnen und langen in den Stall die Güter. Stunnen und langen in den Stall. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020